Musik Nachdem ich euch im letzten Video gezeigt habe, wie ihr in 4 Minuten 400.000 GTA-Dollar bekommen könnt, das super einfach und schnell, zeige ich euch heute, wie ihr sonst noch diese Woche richtig viel Geld machen könnt. Also bleibt jetzt unbedingt dran und lasst mir sehr gerne ein Like da. Und damit der Algorithmus mal wieder so richtig kickt, haut mir unbedingt die Kommentare voll. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer von euch es schafft, am meisten Kommentare zu schreiben. An denjenigen geht auf jeden Fall der Ehrenpreis vom heutigen Video raus. Jetzt werde ich wieder die ersten 3 Leute grüßen, die mein letztes Video kommentiert haben. Und das waren Dino der Gangster, Chronix LD und der Nico Watzlaweck. Wenn du auch in einer meiner nächsten Videos von mir gegrüßt werden möchtest, dann abonniere jetzt diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Außerdem solltest du einer der ersten 3 Leute sein, die mein Video kommentieren. Also sei bereit und sobald du eine Benachrichtigung von meinem Video bekommst, rauf da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Hol dir 10% Rabatt bei meinem Partner JG Gaming mit dem Code Piero. Bei JG Gaming findest du alles, was dein GTA Online Herz begehrt. Egal was du brauchst, sei es ein Money Boost, ein Rank Boost oder auch ein Unlock All Account. Bei JG Gaming wirst du auf jeden Fall fündig. Auch für andere Games findest du bei JG Gaming einige Artikel. Sei es Fortnite, FIFA oder auch andere Games. Also check auf jeden Fall nach diesem Video JG Gaming ab und spare mit dem Code Piero 10% auf deine Bestellung. Kuss, Kuss und jetzt viel Spaß mit dem Video. So meine lieben Freunde, ich weiß auf jeden Fall, was jeder von euch jetzt möchte. Und zwar GTA 5 Geld. Ich meine, warum solltet ihr sonst auf ein Video von Piero klicken? Ist ja selbstverständlich, oder? In diesem Video zeige ich dir auf jeden Fall einige Methoden, wie du in dieser Woche richtig viel Geld machen kannst. Damit du auch mal vor deinen Freunden richtig flexen kannst. Und so wie ich eine komplett vergoldete Garage in GTA Online hast. Gestern habe ich dir schon gezeigt, dass du mit dem RC Bandito Zeitrennen und dem Normalzeitrennen in 4 Minuten 400.000 GTA Online Dollar verdienen kannst. Außerdem folg mir gerne auf TikTok, wenn du kurze und informative GTA Online Videos von mir sehen möchtest. Nochmal ganz kurze Werbung in eigener Sache. Auf TikTok findet ihr kurze und informative Videos von mir. Starten wir rein in die erste Geldmethode. Und das sind doppelte GTA Dollar und RP für Biker Verkaufsmissionen. Das heißt, schnappt euch Freunde und macht mit denen zusammen die Verkaufsmissionen. Ich denke, ihr wisst alle, dass es in GTA Online ziemlich viele Abfucker gibt. Ich sage nur MK2 oder Buzzard oder Savage oder LaserJet. Es gibt so viele Abfucker. Deshalb nehmt euch ein paar Freunde. Eventuell findet ihr welche in den Kommentaren. Aber ihr solltet Freunde am Start haben, die auch PvP-technisch irgendwas drauf haben. Weil, wenn euch jemand abfuckt bei einer Verkaufsmission von den Bikern, dann brauchen diese Leute eine Karma-Schelle. So eine richtige links-rechts-albanische Nackenschelle. Ihr wisst Bescheid. Nein, Spaß. Auf jeden Fall doppelte GTA Dollar und RP auf die Biker Verkaufsmissionen. Also macht die auf jeden Fall diese Woche fürs doppelte Geld. Aber doppelte GTA Dollar sind eigentlich voll wenig. Also doppeltes Geld, was ist das eigentlich? Es gibt nämlich dreifache GTA Dollar und RP für die Gegner-Modi Sumo. Einmal die Remix-Version und die normale Version. Kurz mal Sumo erklärt. Ich denke, jeder von euch kennt auf nem Rummel die Autoscooter. Da müsst ihr mit eurem Kart oder mit dem Fahrzeug eben gegen andere rammen. Und naja, die nicht von der Plattform stürzen, aber ihr rammt euch immer mit diesen Fahrzeugen. Ich denke mal, ihr wisst, wie das läuft. Und bei Sumo ist es eben so, dass ihr eine Plattform habt und dort eben euer Team ist und das Gegner-Team. Und beim normalen Sumo-Modus müsst ihr das Gegner-Team runterstoßen mit eurem Fahrzeug. Bei der Remix-Version müsst ihr in Punkte reinfahren. Das heißt, es gibt irgendwo einen gelben Punkt, da müsst ihr reinfahren und ihr müsst eben das gegnerische Team in der ablaufenden Zeit nicht in diesen Kreis kommen lassen. Also die beiden Modi, Remix und normal, unterscheiden sich ein bisschen vom Prinzip. Ist es aber das gleiche von Plattform runterstoßen oder eben in einen Punkt reinfahren und die Gegner müssen dort rausgeschubst werden. Ich denke, ihr versteht das. Damit könnt ihr in dieser Woche dreifache GTA-Dollar verdienen und dazu auch gut leveln. Also macht das auf jeden Fall. Holt euch ein paar Freunde und zockt ein bisschen, das macht Spaß und ihr verdient das doppelte Geld. Kurzer Nachtrag nochmal zu der Thematik von den Stunts. Von den Stunts meine ich natürlich. Wofür ihr die 500.000 GTA-Dollar bekommen solltet. Dort hat Rockstar Games gepostet, dass es eben zu Komplikationen kam und das Geld soll jetzt auf euer Konto kommen. Also keine Sorge, ihr solltet die 500.000 Dollar bekommen. Auf jeden Fall safe. 100%ig ist kein April-Scherz. Wollte ich hier nochmal reinpacken, dann auf jeden Fall das Side-Rennen und RC Bandido Side-Rennen machen. Wenn ihr für die die beste Route wollt, also für das Side-Rennen, schaut euch mein letztes Video an. Sonst war es das aber mit dem heutigen Video mit den Geldmethoden, wie ihr viel Geld machen könnt. Ich werde in den nächsten Tagen nochmal einzelne Videos mit Tipps euch hochladen, wie ihr das am besten macht. AFK oder mit Freunden. Dazu kommen Videos, also Benachrichtigungen anmachen. Meine lieben Freunde, und jetzt gebe ich euch allen nochmal die letzte Chance, dieses Video hier zu liken und den Kanal zu abonnieren natürlich. Und natürlich auch fleißig Kommentare zu schreiben. Ich werde im nächsten Video den Ehrenpreis vergeben. Natürlich, ja, mache ich. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Haut rein und ciao Leute.